So, es geht weiter. Den Countdown, den lasse ich da einfach an. Das ist egal, spring schon mal hier rüber. Und im Urlaub kann man auch mal zu einem Fußballspiel gehen. Yeah! Yeah, dich hören sie gar nicht. Kannst dreimal. Yeah! Kann man bei dir weinsteigen? Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Das ist meins. Hier, Kopfhörer. Vulva, vulva. Kopfhörer. Du hast vulva gesagt. Oh, oh, um die Zeit. Nein, ich habe vulva gesagt. Vulva, 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 vulva. Volare. Wir Fachleute sagen auch Diesel. Diesel, nicht Diesel. So. Was ist denn hier mit meinem Kopfhörer? Das ist egal. Kamerafahrt. Mein Gott, da fängt eine Kamerafahrt an, die Szenarien, ne? Mhm. Mhm. Wo ist das eigentlich? Ah, und der Güterzug auch schon weit. Boah. Wir werden vom Güterzug überholt. Unglaublich. Nee. Dies ist der letzte Zug zum Stadion des Halbfinalspiels der Weltmeisterschaft, bevor der Anstoß erfolgt. Lassen Sie die Fans zusteigen, mache ich, und brechen Sie danach nach Hannover auf. Das ist ja auch fies. Danach nach Hannover auf. So, hier der Diesel-ICE, der tuckert schon. Ich glaube, die Sifa ist noch aus. Ja, es ist an. Das ist an. Oh, hier, LZB, alles an. Diesel-LZB. Bist du schon mal Diesel-LZB gefahren? Ich glaube nicht, mein Freund. Und, der zischt richtig. Ja, aber der ist andersrum, ne? Die Lichter sind rot. Ja, du bist auch andersrum. Du bist auch andersrum. So, sieh der drinnen auch mal anders aus? Nee. Boah, ist der laut. Ja. Gezische, gezische. Ja, sonst sieht der aus wie jeder ICE, oder? Ja. Pünktlichkeitsbonus. Wir dürfen. Diesel-AFB. Besondere Freude für dich anscheinend. Das ist so ungewohnt, ja so komisch. Ich bin noch nie Diesel mit LZB gefahren und AFB. Oder? Ja, kann sein. Hier vorne im Cockpit ist das schön leise. LZB. Ja Blackhawk, du kannst da so Link-Shorten annehmen, wenn du da so einen Link reinhaben willst. Wenn die so lang sind, dann verbietet das der Mobot. Ja super, ich kriege eine Vorbeipart und dann kommt der Güter Zug ins Bild. Das ist doch toll. Mit 160. Jetzt bleibt der auch noch stehen, der Güter Zug. Da hat er gebremst. Boah. Der hat aber... Das war ein zweiter. Das war ein zweiter, glaube ich, der da stand. Können wir nochmal? Ja komm, hier wer denn schuldigt? Hier kommt keiner davor. Mit Diesel-Rauchfahne. Da muss ich mit rauchen. Mit Rauchfahne, IC mit Rauchfahne und was ganz tolles. Was für eine kleine Diesellok? Wir müssen nach Zelle. Gleis 6. Zelle. Zelle. Wie sieht's hier oben aus? Kein Rollo? Kein Rollo diesmal? Knopf? Hä? Das ist aber... Zelle. Ja, ja. Zelle. 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 Richtungswänder. Ja, wir haben jetzt die Dekarrier-Szenario. Sehr schön. Wiper Control. Wiper Speed. Sandstreue. Lichter. Kein Desklicht. Doch, Cap Light. Hast du gesehen? Ja, der ganz linke ist das, glaube ich. Klick. Boah. Na hell, ey. Voll die Sonne angemacht. Boah, das klingt immer, als ob du irgendwas so abschneidest, ne? Die LZW drückst. Schmuck. Ja, Hand auf den Tisch. Schmuck. Oh, wir sind zu schnell. Wir sind doch noch gar nicht in LZW-Überwachung drin. Da kann ich doch nicht schneller als 160 fahren. Oh, oh. Oder? Obwohl die Strecke sagt, bin ich in Überwachung drin? Ü ist Ü an? Ne. Aber warum nicht? Draht liegt doch. Ja, vielleicht, es gibt ja nur bestimmte Stellen, wo eine aufgenommen werden kann, oder? 200 ist erlaubt. Was hat er gerade so gemacht? Mein Telefon. Du meinst, ich muss irgendwas haben, wo ich das aufnehmen kann, die LZW? Sockfatsch. Hm, weiß ich nicht. Wird immer einer geköpft. Ja. Wir weisen sie uns alle 30 Sekunden 1000 Euro, oder wir opfern einen der Fahrgäste. Da machen wir. Zack. Kinder opfert verantwortungsvoll. Mit Genuss. Der ist aber sehr leise. Hier vorne gedämmt und hier. Die Fahrgäste kriegen immer Ohrenschützer so als Reingabel. Ohrenschützer und 3D-Brille. 5 Euro. Guck mal, der hat auch hier so ein Mikro. Wofür? Ja, der Fight for Freedom ist da. Sifa. Sifa. Hallo. Hallo. Bionate. Ja, zur Vogelinie würde der passen natürlich, ne? Das ist doch auch so eine Dieselstrecke. Mhm. Ach, der geht nach Dänemark hoch, ne? Ja. Ne, Lübeck Puttgarten. Ja. Der geht dann hinten in Dänemark, glaube ich, weiter. Putzgarten. 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 Ja. Keine LZB. Wie lange dauert das Szenario? Wie lange noch? Wie lange noch? Das ist langweilig. Das ist lange noch. Wie lange noch? 18.42 Uhr. 30 Minuten noch. Wenn wir pünktlich sind. So lange dauert das Szenario. Oh, wir haben eine Rauchentwicklung im Zug. Wir haben Rauchentwicklung im Zug. Er ist ein Diesel. Ich geh mal kurz zum Feuerlöscher. Bestimmt JanTV. Und da geht noch was nach oben. Bestimmt noch nicht das Limit erreicht JanTV. Ah, fünf Millionen. Ja. Ach, Lotto. Lotto braucht man nicht spielen. Wenn man von München bis Hamburg eine Kette macht mit leeren Bionadeflaschen. Ja. Und in einer 1 Cent versteckt. Es ist wahrscheinlich auf Anhieb diese eine Flasche zu finden. Als im Lotto zu gewinnen. Oh. Schön anschaulich. Was geht denn das hier? Was denn? Komm, fahr du. Ja, passiert ja nichts. Du musst gleich, 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 gleich. 150 fahren. Oh, hier, Gegendiesel. Ja, eine Störung vom Strom kann ja auch nicht sein, ne? Störung vom Strom kann ja nicht sein, sonst wäre die BR-101 da nicht vorhin vorbeigedonnert. Habe ich Licht? Das Licht lichtet auch nicht so richtig, ne? Wieder ein Fahrgast weniger. Was macht denn der Feikt vor Friedhelm? Gar nichts. Der guckt nur. Ja, der guckt zu. Der guckt zu, denke ich. Wie 150 andere. Die PMTG 747X bei Aerosoft für 29 Ocken. Ne, die möchte ich nicht kaufen. Ich warte auf die PMTG 747 V2. Wir kommen leer an, wenn das so weiter geht. Das ist eine der ersten PMTG, da ist noch nicht so viel umgesetzt. Das glaube ich, glaube ich, wie bei den letzten Maschinen. Der Frank hat 2 Euro gespendet. Hm. Für den nächsten Kasten Bionado-Hopfen. Ja, das doch. Dankeschön. Vielen Dank. Achso, die 101 hatte keinen Strom, die ist nur noch ausgerollt. Das kann natürlich sein. Bremsen? Bremsen wäre, wenn ich hier halten wollte, eine Option gewesen. Wieso? Wolltest du nicht? Szenario verlangt das. Scheiße. Bahnhofsverbeilung. Auftrag gescheitert. Bitte sehen Sie, Ihr Auftrag ist genau und erfüllen Sie alle Aufträge in der richtigen Reihenfolge. Das ist das ganze Szenario zu Ende. Echt? Nö. Ja, aber hallo. Wenn ich jetzt drücke, ist es vorbei. Meinst du? Ja. Nö. Ist doch so eine Meldung, oder? Ja. Ja, da fahren wir trotzdem weiter. AFB. Was wäre das denn gewesen? AFB. Ah. Zelle? Mann, 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 Mann. Witz, 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 Witz. Mann, 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 Mann. Ja, ich kann... Du fährst besser mal die amerikanischen Dinger. Ist weg gewesen. Ich kann den Fahrtrichtungsschalter nicht mehr bedienen, Herr Rupp. Kaputt. Kaputzi. Kannst hier nichts mehr... Das geht noch? Das geht nicht. Tja. Doch, das geht aber. Ja, vielleicht wegen der Notbremsung. Ei, 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 ei. Ach, alles halb so wild. Motordruck ist da. AFB. AFB. Wir fahren nach Großburg-Wedel heute. Der Halt fällt leider aus wegen... Ist nicht. Der Bahnsteig hat gestreikt. Ja. Mann, 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 Mann. Das Bahnsteigpersonal hat gestreikt. Das ist ja auch nicht genau so. Ich weiß nicht, ob das als Zwang so gilt. Weiß ich nicht. Und ich sag noch, ich muss gleich bremsen. Ich sag's noch. Ich muss gleich bremsen. Und der hat auch geschrieben, bremsen, ne? Du hast irgendwie gar nicht reagiert. Der hat nicht geschrieben. Nee, der hier. Ja, ich kann jetzt nicht alles dir zuhören. Spenden, Marathon. Aber durch Zelle hält man doch nicht an. Ich krieg nicht als Wahnsinn. Ja, für Zelle will auch keiner hin. Ach, Zelle. Wer will schon die Zelle? Oh. LZB. So, Hebel nach vorne. Nee, die Witzfigur war nicht noch nicht zu sehen, ne? Nee. Haben wir noch nicht eingebaut. Müssten wir, glaube ich, uns eine Aufgabe nachher nehmen und mal bearbeiten. Ja, genau. Bevor wir zu spät zum Anstoß kommen, lieber überall durchheizen. Ja. Man muss Prioritäten setzen. In Zelle hält jeder ICE. Anscheinend nicht. Wir haben gerade die Gegenweise gesehen. Ja. Ist halt so, ne? Manchmal ist es so. Ja. Suchst du was? Nein, das ist nicht der richtige. Das ist nicht der richtige. Guck mal im Kühlschrank. Und in den da. Nee, nee. Ich bin der. Ziefer. Ziefer. Ja, so eine Vorbeifahrt wäre auch schön, ne? Der kämpft aber bis er auf die 200 kommt, ne? Dafür ist er eigentlich gar nicht. Wenigstens kämpft er. Ja. Guck, die haben Strom. Tchuuu. Ja, mit sowas könntest du eigentlich auch um Köplisser Berg. Ah, ne, ist es auch. Gibt's auch Strom. Bis Hosfinn. Von ICETD bis Hosfinn. Von Wilder bis Hosfinn. Oder auf der Afrika-Strecke. Wo du vom Bahnübergang noch anhalten musst. Oh, oh. So. Das darf ich nicht. Nee, das darfst du nicht. So. So. So schön. Du waderst. Mach doch mal das Mikro ein bisschen runter. Du atmest aber durch die Nase. Schlimm wie du waderst. Zuschauer und ich sind nicht begeistert. Mach doch das Mikro einfach ein bisschen. So. Ja. Wader mal. Ein bisschen, ne? Ja, ich hab halt ne Riesennase. Ja. Mit der kann man super wadern. Ja, also nächstes Flugsimulationsvideo auf meinem Kanal ist geplant. X-Plane oder FSX. Eins von beiden wird kommen. Rosa Zeug. Lippenstift. 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 Bestimmt nochmal runter in den Kiosk und hat Bionade gekauft. Ja. Ich hab Drogenfahrer, Alpha, 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 Alpha. Ja. Du weißt, Bionade, Kinder. Fürchtet euch vor Wiener. ICE TD auf Hamburg. Hannover. Wird gerade gefahren. Der Rob dreht Kaugummi-Zigaretten. Ja. Kaugummi-Tabak. Da fang ich her. Ja. Hat nochmal 20 Euro nachgeschmissen. Tropft immerhin hingerichtet. Dankeschön. Danke, Frank. Danke für die Nachspende. So, vielleicht halte ich ja auch diesmal dann in Großburgwedel. Ich hab ja erst minus 58 Punkte. Obwohl es geschädelt, ja. Gescheitert. Ich krieg gar nichts mehr, glaub ich. Geht aber. Also ich hatte schon mal... Ja. Du bist ja Großmeister in Minuspunkten. Ich hab da meinen Meister gemacht, ja. Meisterprüfung bestanden. Ich muss mir erstmal einen danach machen. Echt? Bekür? An dem Meister, ich rauche American Spirit. Ja, Jan Tufau, ich glaube, das Pedal bewegt sich. Ja? Oh, Pedal-Animation, Special-Item, das würde ich ja in den Steam-Text mit aufnehmen. Pedal-Animation, animiertes Sifa-Pedal, sonst hätte ich es auch nicht gekauft, ohne animiertes Pedal, das muss so ein 3D-Cockpit sein, scheiße, da wollte ich doch halten. Jetzt bringe ich auch noch Sand. Stopp, Prost, Pedal. Alles gut. Oh, oh, Förderungsqualität, ich sehe es schon. Ach, deswegen Minuspunkte gegeben. Faschist. Bred. 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 Da fällt sich mit dem Kopf fast gegen die Scheibe. Oh, schon wieder Ratschlupfe, kann das nicht sein. Der Ratschlupfe macht Minuspunkte, ne. Hm. Aber sicher. Das ist doch ein Standardmanöver. Ich glaube, der ICE fährt los. Der hat so diese Tonleiter. Hörst du das? Ganz leise. So, Türen auf. Ach so, ist heute wirklich Deutschland ein Spiel? Das weiß ich nicht. Das ist doch V-Weltmeisterschaft, ne? Ich weiß es nicht. Ja, Großburg-Wedel, traditioneller ICE, halt seit 1875. Damals hatten die schon ICEs im Bahnhof stehen. Ah, um 20.45 Uhr. Gegen Gibraltar. Oh. Ach stimmt, die spielen in Portugal, glaube ich, ne? Weil die kein eigenes Stadion haben. Ach, nee. Das ist dann Männermannschafts-EM-Quali, ne? Ja, da muss ich nochmal einen Schluck Bionade. Schlückchen Bionade. So, ab 20 Uhr könnten wir auch Bier trinken. Wenn wir das von der Stream-Aufsichtsbehörde genehmigt kriegen, ja, dann müssen wir vielleicht nochmal nachfragen. Ja, in Österreich anrufen. Für die EM. Oh, schon wieder 28 Pluspunkte. Alles gut. Oh, heute Abend ist im Darts die Teamweltmeisterschaft in Frankfurt. Was ist das? Hannover. Wir fahren nach Hannover. Na, das Fußballspiel? Ja, der Kunde hat es genehmigt, alles klar. Alles gut. Wollen wir das Bier auspacken. Wo hat es sich geneigt? Ein bisschen. Also ein bisschen geneigt. Wer hat sich geneigt? Der Tidi? Ja. Der Zuschauer. Der geneigte Zuschauer. Oh, in Isernhagen halten. Ich denke, das ist ein ICE. Was hält der hier für Dörfer? Das ist ein Regionalexpress mit Diesel. Schurp. Oh. Der Mogot hat noch die falschen Sprüche drauf. Der Steam endet, wenn wir keine Lust mehr haben. Naja, heute frühjahr. Weil wir haben ja auch früher angefangen. Deshalb. Wir haben ja schon vorgezogen, sozusagen. Oh, spielst du wieder Einsatzsimulator? Ja, so nebenher. Emergency 7. Größte Fehlkauf im TS. Das ist auch eine gute Frage, ne? Bremsen. Bremst du? Ja. Gut. Siehst du, die Minuspunkte. Ja. Du Bremser immer. So irregulär. Fehlkauf fällt mir gar nicht ein. Ja, Matti, wir wollen noch morgen wo hier aufs Sommerfest in Koblenz im DB-Museum. Und darum sind wir heute etwas früher dran. Ich glaube, der Rob guckt gar keinen Fußball. Gar keine Bundesliga. Wenn der 1. FC Köln spielt, halte ich zu dem. Aber nur, wenn sie gewinnen. Ja. Ne, ne, immer eigentlich. Ich leide auch immer ein bisschen still mit, aber ich gehe nicht ins Stadion oder so. Ich bin da kein großer Fußballfan. Gucken wir vielleicht mal nachher das Ergebnis an oder so. Der TS selbst ist das größte Fehler gewesen? Nö, eigentlich nicht. Nö. 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 Ich würde sagen, nö. Ach doch, die BR-218. Jetzt ist mir eingefallen. Was? Ach so. Und zwar die von Steam, von DDG. Die kam doch vor der Real-Track schon raus, oder? Das war richtig schlecht. Aber die kam doch vor der Real-Track schon raus. Das war so ein Vor... Ne, die Real-Track schon war die erste. Ne, kam die da nicht später raus? Ne, die auf Steam kam später raus. Die ist jetzt nach Köln-Koblenz rausgekommen. Was habe ich denn mal gekauft? Im Steam, was hinterher als Expertline. Die 132 im Steam. Ja, aber die ist ja schön gemacht. Ja, aber hinterher kommt eine Expertline raus. Ja. Das kann man doch vorher mal Bescheid geben, dass da noch eine kommt. Ich habe doch auch nicht hier im Lotto gewonnen. Beziehungsweise alles an dich gespendet. Ne. Sound. Oder habe ich mal eine Strecke gegangen? Ne. Ne. Stand da irgendwo gerade eine Lok? Habe ich nicht gesehen. Stand da eine Lok? Ne, weil der Lukas schreibt, habt ihr die Lok da gerade gesehen? Die meinte ich erst. Nö. Nö. Das ist jetzt auch schwierig, weil der Chat immer das Videobild ein bisschen hinterher ist und der Chat eigentlich 1 zu 1 ist. Daher. Ja, ich weiß, dass die 132 von VR so eine abgespeckte Version ist, aber das hätte ja VR dann mal sagen können, da kommt noch eine mit Sifa, PZB meine ich, und dann hätte ich gewartet. Ja. Das meine ich ja nur. So schlimm ist die auch nicht, aber die fahre ich jetzt überhaupt nicht nie wieder, weil wenn nehme ich die von der VR direkt aus dem Shop, ist ja keine Expertline. Ne. Ja gut, aber die hat schon, so ungefähr wie so ein 1. Ende. Schön, dass wir sowas vorgefertigt haben. Ja, das ist ein FAQ, ne? Ne. Oh, wir fahren fast Echtzeit. Ja, stimmt. Fast. Ja, da kann nicht jeder Kartoffel. Das anfangen wir auch schön. Ach stimmt, ich habe den Outtake gar nicht hochgeladen. Hast du einen Outtake gemacht? Ja, mit der Class 07, das war so schön. Den werde ich noch hochladen. Stimmt, weil der Hobby FTL hat es gerade geschrieben, weil da keine Outtakes mehr kommen. Und ich habe einen im ... Wie lange geht der denn? Ja, weiß ich noch nicht genau. Ich muss den noch zusammenschneiden. Oh, ich dachte, der ist schon fertig. Der hätte mal so eine Pausenpremiere machen können. Ach so, können wir auch machen. Aber ist der noch nicht fertig geschnitten? Ja, mein Gott. Ne, 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 ne. Also der kann doch nicht so lang sein, eine Minute oder zwei. Und wer heute noch Dampf fährt, das weiß ich noch nicht. Bleibt ja immer an mir hängen. So, Langhagen Mitte. Ich kann Ausstieg in Fahrtrichtung Mitte. Ich fahre auf der Isle of Wight. Dampf. Du fährst Dampf? Oder Somerset Dorset. Dorset, Somerset, Dorset. Der wird hier schon viel zu dunkel. Also 101? Ja. Mit Holz. Schön. Da gibt es wieder was für die Bretterindustrie zu tun. Ja, Airbus. Guten Appetit. Ja, Hamburger Essen. Genau. Gute Idee. Ja, vorne ist ja auch ein Zeilenzug. Bremsen. Ja, jetzt bremst er aber richtig. Der bremst auch komisch. Ja, der macht direkt Ratschlupfen, ne? Hat er keine dynamische. Was soll das denn hier für eine Anzeige sein eigentlich? Kilometer, Kilometer, Tonne? Ist das wie viele Kilometer ich brauche, um zu bremsen pro Tonne? Beinahe. Eine Kilometer Tonne. Kann man was mit der Angabe anfangen? Ich hätte gerne eine Kilometer Tonne. Aber der bewegt sich, der Zeiger. Ist das der Gelbe ganz links, oder was? Wenn ich gleich bremse und langsam wieder bewegt er sich. Das ist KPA. Das ist auch kräftig. Und KMT. KM-T. Kilometer pro Zeiteinheit. Pro Tausendstel. Das ist das DSB-System, sagt der Bereitsteller. Was ist das? Das ist der Anzeiger. Was ist denn ein DSB-System? Dänische Staatsbahn. Däniköle Statsibani. Oder wie machen die das? Wie geht denn dänisch? Deutsche Schnellbremsung. Ja. Vielleicht ist das auch ein Sicherheitssystem. Kilometer pro Tag, ja. Ach so, oder ist es die Spritanzeige? Stimmt, da könnte man ja auch irgendwo eine Spritanzeige finden. Bremstausendstel. Nein, da geht er jetzt runter. Oh oh. Was ist ein Loch im Tank? Ach so. Aber ist schon ein spannender Dachaufbau, ne? Ja. Hier mit überall so kleine Antennchen drauf. Überall. Alter Schwede. Ja, für Internet. Für Livestream gucken. Ja, das wäre ja mal geil, wenn wir einen Zuschauer hätten, der halt im ICE sitzt und Livestream guckt. Wenn das mal möglich ist, flächendeckend. Ich habe gehofft, dass die Lüfter da mal drehen. Tun sie nicht. DTG. Obwohl, die haben auch mal drehen. Ja, das ist halt. Vielleicht schalten die sich ja nur zu bestimmten Dingern rein. So. Letzte Etappe. Hannover. Du musst doch mal Inselbahn. Ein Dantzke Startsbahner. Dänische Startsbahn. Ja. War ja fast richtig. Nur so. Fast. Fast. Fast ist auch nicht ganz. Ist auch doof. Hast du eigentlich eine neue Brille? Nein. Sieht irgendwie anders aus von hier aus. Von da, ja. Das ist jetzt das letzte Szenario. Nein, das ist die letzte Etappe des Szenarios. Wenn wir in Hannover sind, Ende das Szenario. Nee, ist das das letzte Szenario, schreibt Lukas. Nein, ist es nicht. Ich habe es schon gelesen von Lukas, aber das ist es nicht. Ich habe ihm nur gesagt, gemeint. Nö, ja. Mä? Vielleicht. Wie kommst du drauf? Nein, doch. Wie kommt er drauf? Ah, der ICE-TD fährt nur noch bis Dezember 2016. Ja, ich glaube, der war kein so großer Erfolg. Da haben die auch gar nicht so viele von gebaut und gekauft, die Bahn. Hm. So, eigentlich müssen wir ja gar nichts machen. Ich habe vollen Schub drin. Ich muss ja gar nichts machen. Oder man ist, na doch irgendwann ist LZB Ende, ne? LZB Ende. Kann sein. Da steht ein kleines Schild. Ja, danke Setra-Fan für die Info. Mittlerweile haben ja die Hersteller beim FSX SE nachgebessert, überall auch die Installer. Was heißt das denn SE? Steam Edition. Ah. Die von DTG. Ah, okay. Läuft der denn jetzt gefühlt besser als der alte? Ich würde ja durchaus überlegen, wenn ich es neu machen müsste, ob ich dann auch komplett nur noch den Steam Edition installiere. So, warum hat das Piep gemacht? Weiß ich nicht. Hat vorhin schon mal Piep gemacht. Hilfe. Hilfe. Hier, Kurve. Kurve. Oh, wir kippen um. Wir kippen um, Rob. Ah, siehst du, die Neigetechnik ist hier anders. Wir kippen um. Da wird der Fahrer mit geneigt. Ja. Vernünftig. Was war da bei dem TD? Nee, bei dem T. Ja. Das ist komisch. So, ich habe es bestätigt. Ich habe es doch bestätigt. Gut. Ich habe es bestätigt. Ich habe LZB Ende bestätigt. Ja. Warum denn Ratschlupf? Das macht der doch alleine. Da kann ich doch nichts für. Ja, jetzt sind wir auch raus aus der LZB. Da wird er laut. Hat wohl wieder seine Strecke nicht nachgepatcht. Wir sollten echt mal so einen Stream machen. Nur Kanarienpunkte. Karrierepunkte fahren. Nur Karriere-Szenarien. Ihr könnt dann nur welche einschicken. Also ihr könnt immer welche einschicken. Aber es lohnt sich dann eigentlich nur, wenn es auch Karriere-Szenarien sind. Und der Rob und ich fahren um die Wette nach Punkten. Das wäre auch toll. Wir sollten immer aufschreiben am Schluss. Ja. Kann man auch nirgendwo mehr nachgucken. Ja doch, bei der Aufgabe, die warst du ja schon mal hier am Testen fahren, dann standen die noch. Ach so. Ah ja, okay. Das war cool. Sie ver... Sie... Sie... Guten Abend. Oh, heute noch gearbeitet. Kanarienpunkte. Ja, so nennen wir den Stream dann. Zugbier-Kanarienpunkte. Canary Ponds. Ein Laptop zum Stream schauen und skypen und so empfehlen, ja. Kannst du mit jedem machen. Ja. Mit jedem aktuellen Gerät sollte das funktionieren. Und wenn es das nicht kann, ist es ein Scheißgerät. Kannst du mit jedem Gerät, aber kannst du mit dem Telefon machen. Ja, das stimmt. Stimmt. Ey, sande bald vor, dann gibt es keinen Radschlupf mehr. Die Deutsche Bahn arbeitet auch Samstag? Nur wenn Sommerfest ist. Ach, darum kam der Vanadium von der A bei da. Nur wenn Sommerfest ist. Da dann wieder. Ja, du kannst ein bisschen sanden gegen den Radschlupf. Hab ich. Gut. Frage jetzt bloß, ob ich vorher sande und dann Bremse. Vorsanden. Aber heute geht es ja nicht um Punkte. Mit Stift. Ja, da die Strecke Hamburg-Hannover heißt und wir jetzt in Hannover ankommen, dürft ihr raten, wie lange das Szenario noch dauert? Könntest du das ja mal in den Chat schreiben? Ich tippe auf 1,15 Kilometer. Was ist das denn? Was haben wir denn da? Was ist los? Haben wir da eine Notbremsung? Haben wir da eine Zwangse? Ja. Haben wir eine Zwangse? Sicher? Ja. Wieso? Der Fahrtrichtungsschalter ist raus. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ich habe das Signal nicht gesehen, glaube ich. Ich habe irgendein Signal verpennt, weil ich geguckt habe, wie lange das Szenario noch geht. Oh Mann. Oh Mann. Ich mache das nicht mit Absicht. Also ich will auch gar keinen Hattrick schaffen. Da will ich jetzt hier mal keine falsche Bescheidenheit haben. Was fahren wir denn heute noch so? Das verraten wir nicht. Das ist ein Geheimnis. Das darf man nicht verraten. Das ist verboten. Wir haben den Stream ja seit Wochen durchgeplant. und da wollen wir aber jetzt nicht verraten. Das haben wir doch im Trailer alles gezeigt. Ja. Ich muss mal ganz kurz... Du hast sogar richtig. Räusplund. Oh, ich habe mich jetzt auch geräuspert ohne zu. Ja, ich muss ja kräftiger. Nee, PZB-frei mache ich jetzt nicht nach der Zwangse. Ganarienpunktenfehler. Genau. Dann nehmen wir jetzt schöne Wechselblinken. Ich weiß ja gar nicht, welcher Farbegriff gegeben ist. Deshalb mache ich hier schön mit 45 weiter. Was ist das? Oh, ich dachte, der steht auf meinem Gleis. Ich habe kurz vor dem Herzinfarkt. Kurz vor dem Herzinfarkt. Hilfe. Nicht schon wieder. Sie war. Oh Gott, nicht schon wieder. Fußball. Mach doch mal ein Nicestream wie folgt. Wer kriegt die meisten Zwangse? Das machen wir doch immer. Machen wir immer. Ach so, das ist drauf anlegen. Ja, das ist auch doof, oder? Nee, macht keinen Spaß. Macht auch Zuschauen keinen Spaß, glaube ich. Das sind keine Knallfrösche. Das sind, wie heißen wir mal, Knallkapseln, die die ICEs da vorbeihaben. Und die hatten früher, waren die auch bei der Deutschen Bahn beliebt. Wofür? So Sprengkapseln, die hast du aufs Gleis gelegt. Als bei Gleisbauarbeiten? Genau, oder wenn irgendwie was im Gleis war halt. Und dann, soll ich es festhalten? Nö, lass mal. Und wenn dann halt alle drüber gefahren ist, dann hat es gemacht. Also nicht so, dass der Zug weggesprengt wird, aber es hat laut geknallt und dann waren alle gewarnt. Genau. Ja, das wussten wir doch schon. Genau, ich bin vollständig. Wie bitte? Ja. Kenners. Dann müssen wir erstmal hier in die Cocktailbar. In die Cocktailbar? Ja. In die Cocktailbar schön essen. Coconutbar. Ich würde sagen, altes Spiel, kurze Pause, gleich wieder da.